und damit willkommen zurück auch auf youtube wir spielen weiter es kann auch daran liegen ich weiß glaube ich warum die videos manchmal asynchron sind es kann daran liegen dass sie einfach viel zu schnell aufnahmen stoppen aufnahme starten dass da vielleicht die festplatte noch nicht so weit ist um das erste video ein bisschen schon zu bearbeiten zu speichern oder die elgato das vielleicht daran liegt dass sie vielleicht ein bisschen pause machen muss dazwischen um halt ein neues video zu starten das kann natürlich auch daran liegen so neues bier neues glück ja ich muss unbedingt gleich neues wasser holen aus der braunen flasche natürlich ich muss den stecker reinstecken so jetzt wird es wahrscheinlich auch funktionieren oder wirkt schon sehr beruhigender hier alles was tue ich hier bereit zum abkoppeln was 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 ich kann nicht ausschalten alles meine schuld was ich muss weg hier 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 warum ist es meine schuld was habe ich denn getan jetzt bin ich immer noch hier boah dieses soundkulisse macht mich fertig ohne scheiß ladebildschirm auch neues level ich gehe mal hier lang da ist ein natürliches rot war schon mal sehr gut da kommen wir schon mal nicht rein da kann noch nichts kommen plan b habe ich gerade die trofee erhalten rock you baby und noch ein ladebildschirm ich habe was gehört von monimaker ich kann jetzt kein gta spielen sehr vertrauenseffekten sehr sehr vertrauenseffekten alles kaputt gemacht der herzschlag gegen gerade von unserer spielfigur naja taschenlampe brauche ich glaube ich nicht also ich glaube zumindest wir sind nicht allein es ist nur ein ventilator das beruhigt mich ja schon mal als roboter ein herz brauchen haben ja das stimmt sehr merkwürdig ne wenn wir eigentlich ein roboter sind aber man weiß ja nicht die augen zumindest danach aus als wären wir ein roboter im spiegel wo sind wir denn hier sind wir jetzt hier im black mesa geht hier gerade gleich der atompilz los hallo dr freeman ok äh das möchte ich jetzt nicht tun weil nachher passiert wieder irgendwie was und äh ja oh was haben wir denn da aha mr freeman da können wir wieder einen schalter oder stecker irgendwie benutzen möchte ich aber noch nicht half life 3 bestätigt in soma ja komm meine zahn meine elektrische zahnbürste ah ja hier habe ich zuhause auch so gucken wir mal weiter was wir noch hier haben ah ja hier können wir was machen da können wir auch was einstecken da haben wir einen computer ich möchte mich erstmal ein wenig umsehen bevor ich jetzt irgendwas tue ok eine zahlen folge akke mit signalgeber vorbereiten die akke mit signalgeber vorbereiten powerpacks akkus werkzeuge f st kit zusätzlicher sauerstoff p2 genehmigungen hier in praten ok so was haben wir denn da stehen haimatsu kampfanzüge ordnungsgemäße benutzung für ihre sicherheit und ihre kollegen legen sie den neoprenunterzieher neoprenunterzieher und körperhannes an prüfen sie den hka auf jegliche optische schäden festigen sie nun alle teile an ihrem harness an ihren harness du weißt schon wovon ich rede beginnen sie mit den beinen und arbeiten sie sich nach nach oben vor wobei sie alle teile ineinander einrasten lassen sie sich beim rückenteil und beim oberkörper von einem kollegen helfen drücken sie auf die schaltfläche sichern auf ihrem armstück nun sollten sie hören wie sich der kampfanzug selbst versiegelt der kampfanzug wird nun mit dem druckausgleich beginnen und dazu auf den sauerstofftank zugreifen sollte sich der kampfanzug nicht selbst versiegeln spannen sie die stoßdämpfer an und probieren sie es erneut unternehmen sie keine reparaturversuche äh versuch sollte es immer noch nicht funktionieren äh sondern wenden sie sich sollte es sollte es immer noch nicht funktionieren sondern wenden sie sich dann wenden sie sich wahrscheinlich dann wenden sie sich an die wartungsabteilung anmerkungen die hk sind äußerst schwer was aber angeblich wird was aber ausge ausgeglichener wird tatsächlich werden sie mehr kraft haben als ihr bewusst sein wird seien sie vorsichtig es gelten die regeln der standard ausbildung halten sie nicht den atem an bleiben sie nicht zu lange draußen tauchen sie nicht zu tief und tauchen sie nicht mit direkter mit defekter ausrüstung das ist also ein taucheranzug hier irgendwo kriegen wir den guten abend hartstyler hallo kalunax ich grüße dich willkommen zur let's play live show PS4 zähler wieder top ja seit dem update schaute nach omikron toll prüfen lebt da noch jemand ja kriegen wir jetzt hier unseren gordon freeman anzug das wäre ja voll geil hallo mr freeman das sieht echt so aus als würden wir jetzt gleich so einen gordon freeman anzug kriegen alles so in orange so dann werde ich mich mal an den ich frage mich gerade wofür die stecker hier sind wo ich die reinstecken kann ich stecke gerne irgendwo etwas rein das klingt ein bisschen falsch ich meine ach ihr wisst schon was ich meine so ähm ich nehme den mal und stecke den mal da rein so ok das omni-tool leg ich da hinten ha wait this isn't oh no wow got to the dunbat before we did am i right well it was talking that's rarely a good sign dammit the dunbat was our best shot you know what i was really banking on this to work come on we can't quit now there's got to be another way how do you think you did it how did the team get the ark down the abyss in the first place if they didn't use the dunbat the only other way would be the climber at omicron it's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the abyss okay so we do that we go to omicron and take the elevator yeah okay sure we just head over to omicron and hope there's a power suit that fits you you know so you don't implode while in the abyss that does sound useful all right let's go then wait what is this place seems to be a lot of information on the ark here there's a prototype in everything okay let's start it up i want to see how it works maybe we can figure out how to get on the ark you didn't know how to get us on how difficult could it be start an ark simulation i want to see how it works yeah so what's going on there unten unten haben wir auch noch was nein verdammt reicht das nicht schon nach unten bei szenen kommen wir gar nicht hin Joker ich grüße dich willkommen zu Let's Play Live Show schön dass du eingeschaltet hast willkommen zur Folge 173 mittlerweile muss man den Stuhl hier beiseite rücken weg damit jetzt liegt er noch beschissen weg damit so alles gut ich hoffe bei dir auch so Dokumente meine Entscheidung ich habe mich entschlossen die Arche die Arche die Arche die Arche die Arche mit den vorliegenden Scans abzuschließen tut mir leid für euch alle von euch die auch mitgehen wollten aber von der Aussetzung des Projekts keine Chance mehr bekamen sich scannen zu lassen es ist schon zwei Monate her seit ich den letzten Scan hinzugefügt habe und ich sehe keine Möglichkeit wieder eine solche Unterstützung bei euch zu finden wie ihr sie mir beim Start des Projekts gegeben habt tut mir leid ich wollte euch zu keinem ich wollte zu keinem Zeitpunkt dass sich jemand das Leben nimmt niemals wollte ich irgendjemand hinters Licht führen ich wollte nur etwas retten mehr wollte ich nicht Doktor Chan äh Interface Modul anwenden A-Kapsel versiegeln blablabla Kampf und Zwieger abholen das war schön alles super danke alles super ist doch hört sich doch klasse an ah ja so Frage kürzlich wurde beschlossen dass die Arche Projekt die letzte offizielle Handlung von Patros 2 sein würde trotz des katastrophalen Zustands der Erde wurde das Personal dazu gedrängt mit ihren Pflichten ich denke das Arche Projekt ist der logische Schritt in Richtung der Rettung der Menschheit und dass wir darauf so viel Zeit und Ressourcen wie nötig verwenden sollten widersprechen und eingeschränkt zustimmen stark widersprechen wenn das Arche Projekt doch eine Simulation ist ja das Arche Projekt oder das Arche die Arche Projekt das ist ja eine Simulation das heißt Menschen müssen sterben und mit ihrem Gehirn also sich scannen zu lassen um in die Arche weiter zu leben weil das Leben auf der Erde ja im katastrophalen Zustand ist so oder es ist der eigentlich der logischste logischste Schritt in Richtung Rettung der Menschheit würde ich wirklich wollen mich umzubringen um als Geist weiter zu leben in einem Computer ein bisschen Matrix mäßig ich glaube nicht ich widerspreche das mal um an Bord zu gehen um an Bord zu gehen muss jeder Passagier mit Hilfe eines Pilotensitzes mit elektromagnetischer Strahlung geflutet werden man weiß dass die Scannession Übelkeit und Kopfschmerzen verursachen was manchmal bis zu drei Tage lang anhalten kann ich finde vorübergehendes körperliche Unbehagen egal wie schlimm ist ein kleiner Preis für die Rettung der Menschheit auf gar keinen Fall die Arche wurde so konzipiert dass sie in einer Ranger MK 2 Sonde passt und demnach mit der Omega Weltraum Kanone in den Weltraum geschossen werden könnte wenn diese Arche doch eine Simulation ist warum muss sie in den Weltraum geschossen werden dann frage ich mich gerade man kann die doch normalerweise auf der Erde bleiben oder warum soll sie dann noch extra in den Weltraum geschossen werden wofür technisch gesehen könnte sie dort tausend Jahre überdauern und vom Licht unserer Sonne und dem entfernten Sternen gespeist werden ich finde die Arche sollte die Erde verlassen und in den Weltraum geschossen werden aber warum warum kann sie denn nicht auf der Erde bleiben ich widerspreche das mal die Digitalisierung der Menschheit ist eine Gelegenheit für einen Quantensprung in unserer eigenen Evolution die Leute innerhalb der Arche müssen aus existierendem Gencode geschaffen werden können aber zum vornehmen kosmetischer Veränderung verhindern von Alterung und sogar zur Verminderung von Todesfällen modifiziert werden ich glaube wir riskieren den Verlust unserer Menschlichkeit ich glaube wir riskieren den Verlust unserer Menschlichkeit riskieren das riskieren dahinter müsste glaube ich weg wenn wir uns krankheiten und sterblichkeit entlegen würden ja wenn die Erde drauf geht aber bisher haben wir ja noch nichts rausgefunden warum weshalb was mit der Erde los ist ich glaube nicht weil wenn jeder sage ich mal unsterblich wird das ist doch auch nicht so schön oder also ich weiß nicht ich wieder ich mach mal stark widersprechen mittlerweile leben nur noch 58 Menschen die in der Arche gespeichert werden können eine Möglichkeit zur Diversifizierung was Diversifizierung und Erweiterung der Bevölkerung wäre die Einführung künstlicher Intelligenzen die in jedem Aspekt menschlich wirken würden wenn gleich mit kindlichen und naiven Empfinden ausgestattet im Zuge der weiteren Erforschung der Natur der Intelligenz könnten wir in der Zukunft eine Möglichkeit finden sie noch länger äh sie noch klüger zu machen ich glaube unsere Gesellschaft würde selbst von einem minderwertigen Gruppe künstlicher Menschen profitieren das spricht alle eigentlich also ich bin da irgendwie eigentlich voll gegen so vielen Dank für Ihre Teilnahme so haben Ihre Kollegen abgestimmt online geschränkt zugestimmt 274 zugestimmt 10 wir sprechen war Mainz die haben alle dafür gestimmt die haben alle relativ dafür gestimmt bis auf äh minderwertige Gefährten da waren sie sich so ein bisschen unschlüssig da haben sogar 30% widersprochen aber dass sie bei der Arche so zustimmen naja so das hätten wir wir müssen achso die Arc Simulation sollen wir zum Laufen bringen ja ähm hier haben wir noch was da waren wir noch nicht ich werde es mal versuchen ich werde es mal versuchen ähm das ist die 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 Das ist alles zusammengearbeitet. Wie funktioniert das mit dem suit? Ich denke, sie sind größer. Du solltest sie beide tragen. Imogen? Wer ist das? Der Basis für dein Körper ist einer meiner alten Kollegen. Ein Standard-Cortex-chip für Robots, der Daten-Reader und der Ocu-Torch, hat nur durch den Skull. Was? Der Struktur-Gel hat die ganze Konstruktion zusammengefasst. Das ist eine große Sache. Nein, 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 warte. Ich bin ein von deinen alten Kollegen. Ihr Körper ist. Imogen Reed. Das ist wunderschön. Hey, nicht sagen Sie. Sie war meine... Sie war lieblich mit mir. Insofern, die Kortex-chip ist guter Nachdenken. Das bedeutet, wir können Ihre Minds in der Ark mit einem Pilot-Seat. Kath, ich bin half eine Person totale. Ja, das macht Sinn. Denken Sie. All die simplistischen Minds, die wir in die Wirklichkeit haben. Nur revivieren die Menschen nicht so gut funktioniert. Ein Roboter-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot. Ich verstehe das Konzept, aber ich weiß nicht die Spezifizien. Ich wünsche mir wirklich, dass wir herausfinden können, wie die Scan-Beta-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot. Können wir hier was machen? Warte mal, hier können wir was machen, oder? Da, warte mal. Öh, das reicht nicht. Die Kabel müssen doch bestimmt auch irgendwo angeschlossen werden, oder? Aber die Frage ist nur, wo? Wo dran? Das Ding muss hier auf dem Tisch drauf. Aber... York doesn't even look that bulky. This is gonna be easy. You haven't heard of the concept of jinxing, have you? Sorry, I forgot your people were superstitious. So... Was haben wir denn... Mein Gott, geht doch mal an der Seite, du blöder Stuhl. Doch kein Roboter? Ich glaube... Ja, der Anzug ist mit uns irgendwie in unserem Körper irgendwie verschmolzen, hat sie gesagt. Gerade. Vor dem Scannen. Ich schau gerade mal. Kommen wir hier eigentlich raus? Ne, ne? Ne, machen wir das Omnitool. Okay. Aber... Wofür sind diese Stecker, die hier auf dem Tisch liegen? Was haben wir denn hier noch? Das haben wir angeschlossen, das funktioniert auch. Das ist nur die Klappe zum zumachen. Hier können wir ja auch was machen. Können wir ja die Festplatte voll machen. Aber was bringt uns das? Gar nichts. Und dann müssen wir die Festplatte hier so voll machen, dass es passt. Und dann müssen wir die Festplatte hier so voll machen, dass es passt. Ein mathematisches Rätsel vielleicht? Man weiß es nicht. Ich schicke links. Ja, vielen lieben Dank erstmal für den Follower. Und willkommen zur Let's Play Live Show. Du bist mein neunhundertster Follower. Jawoll, vielen lieben Dank. Mein Gott. Ähm... Willst du einen Tipp haben, Flexi? Wäre supi, weil ich glaube, ich werde hier glaube ich nicht fündig irgendwie. Weil ich hab den... der Raum ist ja nicht gerade groß. Wäre schön. Ich bin mir nämlich nicht gerade... Ja, willkommen zur Let's Play Live Show. Ich schicke links. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr gibt's die Let's Play Live Show. Jetzt schon seit über anderthalb Jahr. Folge 173 heute schon. Mit Soma. Ich hab mir mal eben die... Ah, schön. Eben der Gras. Walz. Gännen. Da kommen wir ja nicht hin, ne? In den Szenen. Da ist bestimmt ein mathematisches Rätsel, oder? Ist die jetzt eine Verarsche mit den Links? Wie mit den Links? Dann gibt's für dich jetzt erstmal einen Time Out. Und... Bist du selber schuld? Auch wenn du mein, der neun oder zur Follow bist. Aber sowas möchte ich hier nicht sehen. Hallo Painkiller. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. So... Bleib am Computer und achte auf die grüne Schrift. Ach so, okay. Alles klar. Ich glaub da wäre ich jetzt selber auch schon drauf gekommen, so ein bisschen. Weil, äh... Das mir gerade so ein bisschen einleuchtete. Geht das ja falsch? Hä? Hallo Heartbreaker. Willkommen zur Let's Play Live Show. Auf die grüne Schrift? Warte, probieren wir das nochmal aus. Ach so, wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach mal... Wir machen an der Stelle... Machen wir jetzt eine klitzekleine Pipi- und Pupupause. Wir haben nämlich schon nach... Äh... Kleine Pipi-Pupupause, Schipselpause, Trinkelpause. Und dann, äh... Dankeschön.